So, hier sind wir jetzt in einem Standardzimmer. Superschönes, großes Bett. Hier ist dann Sitzecke mit Computer. Wir sind hier im 13. Stock vom Heu. Und hier geht es dann in das Badezimmer. Ein riesen Bad mit großer begehbarer Dusche, großer Badewanne, doppeltem Waschbecken. Hier geht es dann in den begehbaren Kleiderschrank. Und das wäre jetzt das erste Zimmer vom Oberoi in Dubai, das auch ein City-Hotel ist. Und wenn ihr mehr sehen möchtet oder Informationen darüber haben möchtet, unter www.vip-reisen.de beantworten wir euch dazu gerne Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.